Moinsen, Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play! Shadow of Memories hat noch einen anderen Titel, hab schon ein bisschen getestet. Läuft stellenweise leider etwas behindert. Achso, nee, nicht continue, ich wollte neu starten, ich bin nur dummer nur, sorry. Weiß nicht, so hab ich da bei Speed 100%. Aber es gibt an manchen Stellen, da leckt das leider ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich's begeben kann, aber ich wollte euch trotzdem dieses alte Schätzchen nicht vorenthalten. Das ist ein geiles Spiel. Wir gucken jetzt mal rein. Wir skippen hier gar nicht, da brauchst du nicht so blöd Blinkentaste. Erstmal fett auf die Armbanduhr gucken, ist eine Rolex, wie man gesehen hat. Kaffee! Das ist quasi ein Spiel gegen die Zeit. Hab ich damals richtig hart gefeiert, richtig geliebt, und ich liebe es immer noch. Ja, das ist erstmal Zeit für die Haare, das ist wichtig. Ja, und so starten wir mit unserem eigenen Tod. Bisschen blöd gelaufen. Von hinten feige erstochen. Tja, da ist halb drei geschlagen. Nicht symbolisch fünf vor zwölf. Malden. Da, 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 da. Hmm, 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 hmm. Hmm. Thank you. What the? What's going on? What on earth could have happened? Am I dead? Dinko. Es ist nicht der Saubfuck, Ike. Er fühlt sich ja richtig gut an. Oh, natürlich nicht. Sorg für sie. Wollte er uns nicht Zeit lassen, bis wir uns entscheiden können? Was habt ihr zu lieben? Gut, ich bin sorry, dass ich dich der Dävle callte. Ich will noch nicht sterben. Bitte, hilf mir. Gut, aber ich möchte, dass du etwas bewusst bist. Du musst verstehen, dass das Destin, die dich erwartet, ist ein potenziell. Das bedeutet, dass, nur weil du eine Kräfte zu verhindert hast, ist, dass du nicht freiwillig bist. Wenn du es nicht verletzt, das Destin nicht verletzt. Also, wieder zurück zu Leben ist nicht die schwierige Sache, oder? Man, aber das kann nicht helfen. Du bist richtig. Aber das ist auch wo deine eigenen Kräfte spielen. Bist du bereit? Ich werde dir einige meiner Zeit-Schifte geben. Ich werde dir dieses Digi-Pand geben. Bitte, benutze es gut. Dann müssen wir das jetzt verhindern. Und das Problem ist, wir müssen es ewig verhindern, mehr oder weniger. Dass wir halt, sag ich mal, so den Übeltäter irgendwie geführt haben. Oder gehören, oder was auch immer. Ja, habe ich verstanden. Ist okay. Du kannst das echt Problem lösen, indem du es benutzt hast, wenn du sterben kannst. Es ist besser, um es zu tun, um es zu entfernen, um die grundlegende Ursache zu verhindern. Oh, und noch etwas anderes. Etwas anderes? Ja, und sehr wichtig. Wenn die Antwort in der Zeit, in dem du gehst, rausgekommen hast, komm sofort zurück. Andere Menschen und Objekte können nur in einem anderen Zeitpunkt bleiben und bleiben. Aber das ist nicht wahr für dich als der User. Wenn es beginnt, reagiert, musst du schnell zurückkommen, oder du wirst nicht wieder zurückkommen. Beide nur auf das. Es sieht, wie das Zeitpunkt etwas mehr ernst ist als ich. Und ich weiß, dass du Glück hast. Jedes Problem ist, auch wenn wir uns z.B. doppelt sehen würden. Ich dürfte die Person mich selber nicht berühren. Ich dürfte am besten gar nicht in der Nähe sein, weil es wird ein Zeitparadoxon hervorrufen. Das wird irgendwie voll furchtbar. Und wir sind am 8.04.2001, also 17 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Bitte wacke. Bist du okay? Fühlst du oder was? Ich wurde umgebracht, Junge. Kuchen! Oh! Ich hätte auch gerne ein Stück. Ich möchte die! Ich möchte Kuchen haben! Will der mit seinen Nudeln werfen? Sir! Hallo! Erstmal gucken um das Portmandy geklaut wurde. Was? Leil! Oh! Oh! I fell asleep! Mondgesicht? Lächelt erstmal schön! Dana! Das mag uns! Das wird tun! Okay! Das mag uns! Süß! Ich will erstmal ganz unbeeindruckt den Kaffee trinken, den wir geordert haben. Die Scheiße da nicht von vornherein runter läuft das auch alles. Ich, äh… Ich, äh… Ich, äh… Ich, äh, I'll, ill just leave what I owe for the coffee here. Jetzt soll man deine Telefonnummer noch da hinlegen können, für die hübsche Mädel! Ha? Wie soll denn Dana sich denn sonst kontaktieren, mein Freund? So macht man das nicht. ability! Hm, innerhalb einer Stunde sterben wir. War anscheinend kein Traum und jetzt tickt die Uhr. Aber in einer halben Stunde müssen wir quasi alles verhindert haben. Oder zumindest erstmal hier. Wir haben da vorne Hunde. Wenn Hunde irgendwo sind, dann heißt das, wir können da nicht lang. Wir haben auch nur Straßensperren. Wir haben auch ein paar NPCs, die rumlaufen. Wie die Olle, die wir ansprechen können. Ich bin so damals nicht rumgelaufen. Just saying. So, wir haben hier nur eine Karte, die ich mit meiner komischen Tasse öffne. Ist super zum Teil übersetzt, nämlich gar nicht. Oder mehr oder weniger. Hier könnten wir eine Karte holen. Aber wir haben ja eine Karte, deswegen brauchen wir nicht. Da kommen wir noch nicht lang. Diesen Bereich können wir noch nicht abgehen. Wir sollten jetzt erstmal links rum zum ehemaligen Alchemistenhaus. Ich hätte gerne eine Mini-Map. Und hier fängt es dann auch so ein bisschen stellenweise an, dass es zwischendurch mal ein bisschen laggt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas nachgeladen wird. Das tut mir dann leid. Ich hoffe, man sieht das nicht allzu sehr. Ja, bin ich die Straße leider etwas zu... Naja. Krass hochgelaufen. Da ist die Kneipe, die hat aber noch zu. Ja, hier merkst du leichtes Längen. Das ist leichtes, sag ich noch. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Bin ich perfekt. Nee, Alchemiehaus. Jetzt ist da ein Wahrsager drin. Für Kult steht da Helena oder was steht da oben drin? Gerzen, irgendwelche gummischen, knusprigen Gesichter an der Wand. Geil. Guten Tag, Madame. Du weißt es doch. Du weißt es doch. Danke. Ich brauche das wirklich. Bitte, nicht nur die normalen Gutes. Das ist sehr ernst für mich. Keine Angst. Also? Die Zeit langsend ist 2.30 Uhr. Whatever ich denke, du kannst dich ändern. Wenn du keine Aktion machst, dann kann ich dich befallen. Aber ich sehe in dir die Kraft, die Kraft zu defiieren. Die Kraft zu defiieren? Wenn, zum Beispiel, und das ist nur ein Beispiel, dein Geist ist zu werden, während du einen Weg nach diesem Ort Und das würde passieren, wenn du allein bist, in der Zeit langsend. Aber wenn du wissen, was dich erwartet, dann findest du Menschen mit dir. So, dass du nicht bei dir selbst unprotprotektiv bist. Aber dann was? Wenn du zwischen anderen in der Zeit langsend, der Assassion muss auf seine Quarren und die Zeit wird es verletzt. Aber das ist nicht so. Aber ein einziges Veränder wird das alles verletzt, was folgt. Wie es verletzt, niemand kann es sagen. Es gibt zu viele Schrauben, zu viele Schrauben. Ich kann nicht dir helfen, mit dem, was so weit nach vorne Und deine Aktionen könnten auch größer gefährlich. Aber wenn es verändert werden kann, dann solltest du so hart wie du kannst. Wenn du hier zurückkriegst, nachdem die Zeit langsend übergebracht hat, dann werde ich dir die nächste Worte sagen. Okay. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Das muss ich noch herausstellen. So, unser Ding fängt an zu vibrieren. Also hier können wir dann das erste Mal die Zeit umstellen. Wir können auch mal ins Inventar gehen. Wir haben den Stadtplan, ein Handy, mit dem wir jemanden erreichen können. Also noch ein Nokia. Also eigentlich bräuchte er sich nur im richtigen Moment umdrehen oder mit dem Rücken zu Hause werden stehen. Und wenn so ein Typ kommt, einfach alles kann das Handy draufwerfen. unsere Zeitmaschine, eine Postkarte und ein Notizbuch. Ich glaube, das Wort zum Speichern. Ich bin mir grad nicht sicher. Mögen sie? Wir wissen es nicht. So. Wenn ich in die Vergangenheit wechsle, kann ich vielleicht eine Gruppe Menschen um mich versammeln. Also wir machen jetzt Le Obvious. Und jetzt erstmal hier fett in RGB-Farben aufsplattern, damit wir auch schön durch die Zeit teleportieren können. Juckt die Alte, die da sitzt, überhaupt nicht. Die denkt sich auch nur so, jo, alles klar. Total normal. Kein paranormales Phänomen. So, wir haben es um 13.33 Uhr. Das heißt, wir sind quasi eine halbe Stunde, mehr oder weniger, vor der Café-Situation gewarbt. Es ist jetzt nicht das tiefste Mittelalter, da kommen wir immer noch nicht lang. Ich drehe die Scheiße um und unsere Aufgabe ist es jetzt hier, Leute auf dem Marktplatz, der ein bisschen leckt. Scheiße. Das ist nicht gut. Festzuhalten. Guten Tag, junge Dame. Square. Square. Ja, ja, genau. Karneval. Sehr gut. Also wir trommeln jetzt im Prinzip ein paar NPCs zusammen. Die Mutter da vorne, die Schabracke, die möchte bestimmt auch zum Square. Nein. Die Daughter, die rennt nämlich ja auch irgendwo rum. Das ist hier mehr so der Prolog. Man versucht, jetzt hat Japs nicht so sein Schicksal zu ändern. Guten Tag, junger Mann. Die ist auch auf dem Square, mein Freund. Da habe ich jetzt gerade keine Zeit. Wo ist die Balage? Die läuft jedoch auch. Da ist die Balage. Oh, das ist echt blöd, dass es so ein bisschen zwischendurch gerade am Lecken ist. Das tut mir leid. Ich weiß echt nicht, wie ich das beheben kann. Ja. Square. So, und jetzt blinkt unser bittiges Biest bis zum Gehtnichtmehr. Und wir können warpen. Also wir sollten auch zurück warpen. Ich wollte nur mal gerade gucken. Marktplatz. Hier war doch die Olle. Ich weiß nicht, ob das auch noch was triggert, wenn ich mit der Rede und die beiden verkuppeln mehr oder weniger, aber ich glaube nicht. Nein. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte reden. Ja. Habe ich. Ist auch überhaupt nicht auffällig, wie sie hier sind. Ich weiß nicht, ob ich vor anderen Menschen mich teleportieren darf. Ich geh mal ein Stück zur Seite. Ja. Ja. Und ab so schnell wie möglich geht's in die normale Welt und wir sehen schon, wir verprassen Energie. Wenn wir keine mehr haben, können wir nicht wappen, können wir nichts verhindern. Glücklicherweise können wir in der Stadt selber so ein paar Teile wiederfinden. Und jetzt wappen wir erstmal. Ja, kurz nach vier. Wir hätten also noch gute 22 Minuten, bevor wir abgestochen werden, wie so ein kleines Schwein, ne? Und dann sehen wir schon, es ist aus dem Nichts ein scheiß Straßenkünstler aufgetaucht und die glotzen. Wir sprechen den mal an, wir gucken unser Spektakel an und sind dann eigentlich aus dem Schneider raus. Ja. Was scheiße, wenn man da ein paar Tatscheugen hat? Ja. Die Menschenmenge. Drei Menschen sind da. Menschenmenge. Ja, okay, für den Straßenkünstler sind es viel. Das ist voll die Masse. Ja, ich möchte ganz gerne ein bisschen speichern. So. Länge habe ich auch nicht gespielt. Wir sind Kapitel 1, 14.30 Uhr. Das erste haben wir quasi hinter uns gebracht. Und wir starten jetzt erstmal bei der Fortuneteller Lady. Die gibt uns dann den nächsten Tipp. Joa. Stückweise. Ja, du bist nicht tot. Also, ich meine, okay, es ist gerade nur halb drei. Ich meine, er hätte auch eine Minute später nochmal zurückkommen können und, äh, ja. Messer rein. Aber das soll es auch vom ersten Part gewesen sein. Ich hoffe, ich sehe dich bei den nächsten Parts wieder, denn das Spiel ist wirklich gut. Und die Lady ist strange. Erinnert mich so ein bisschen an Ocarina of Time, diese komischen Geister. Und... noch irgendwie aus ein paar anderen Spielen. Egal. bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß im Way. Tschüss. 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 Tschüss.